Ich will das so. Oder will ich das so? Okay. Wo ist denn die schöne Musik jetzt hin? Ohne Musik kann ich doch nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten, Jungs. Oder mache ich das hier weg? Und packe den hellen Stein schon direkt hier hin. So. Nehmen wir den hier weg. Na, hab ich angeklickt. Wow. Sonst erfische ich immer die falschen Farben. Immer. Aber jetzt, wo ich es will. Da geht das natürlich nicht. Immer dasselbe. Immer. Da. Da. Wieso machst du das denn jetzt so? Weiß kann. Hm. So. Oh, okay. Das ist halt der Zugang. Das sieht völlig übertrieben aus. Ach, egal. Das ist halt der Zugang. 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 Und 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 das ist halt der Zugang. Nein, die da. So. So möchte ich das haben, bitte. Dann machen wir den hier noch einen weiter vor. Schnipp, schnapp. So. So. Okay. Nein. Ich will das doch einfach nur, dass die Wände jetzt nicht aus Halt sind. Ist das dunkler? Ja. Okay, dann müssen wir das allgemein dunkler machen. Ist ja voll symmetrisch. Ja, irgendwie schon ne. Aber nur weil es symmetrisch ist, heißt das nicht, dass wir das nicht ändern können. So. 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 Dann nehmen wir den hier weg. Ich baue ihn wie immer gleich, kann das sein? Schon so ein bisschen. Hm. Jetzt möchte ich das hier wieder weg machen. Kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht. Na gut. Dann haben wir hier so ne Tür rein. Hier kriegt auch so ein Dach. Aber schon passend zu der Gegend würde ich sagen. So. Hier auch nochmal. Soll ich da hinten auch ne Tür reinpacken? Ich habe jetzt Holzfußboden da genommen, oder? Ja. Egal. so. So macht er das nicht hell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach. Ach. Ist ja auch das falsche Material. Kein Wunder, dass er sich nicht ändert. So. Okay. Warte, gibts hin. Essen ist nicht genug. So ist denn das Essen jetzt auf einmal nicht mehr genug. Oh. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. So nicht. So. So. Und hier. Bis dahin. Hier machen wir das dann. Am besten so. Und ich sehe, dass es nicht das richtige braun ist. Top. Jetzt höre auf da unten hinzu. Kleistern. Wieso kann ich das denn nicht mehr ändern? Und dann. Tadadam. Na mein Gott. Wir machen das dann erstmal so. Und. Das kommt weg. Und das kommt weg. Sind das unterschiedliche Brauntöne jetzt? Ich hoffe nicht. Das wäre echt dumm. Da. Ähm. Tim. Tim. So. Hallo. Kannst du mal? Dankeschön. Nein, du sollst so bleiben. Möchte bitte das hier haben. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. So. Das sieht auf einmal gar nicht mehr so komisch aus. Machen wir das so. Dann nehmen wir einfach hier von der Farbe. Nur damit das irgendwie zu der Wand passt. Du weißt? Du weißt? Du weißt das? Ja, 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 ja. Ja. Cool, cool. Crazy, man. Oh, crazy. So. Und gerade auf dem Liegen. Ich würde da doch noch eine Tür reinmachen. Irgendwie so. So. Und die Tür hier vorne. Einfach wegnehmen. Und dafür. Da eine hin. Eine Fenster. Und dahin eine Fenster. Und das hier. Ja. Okay. Nein. Nein. Das war das Holz, ne? Warte. Ist egal. Ist egal. Wie scheiße aussieht. So. Genau. Da können wir da drin nämlich Folgendes machen. Ehm. 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 Können wir da drinnen nämlich. Einfacher Lehmstuhl. Ein Bettchen. Stuhl. Können wir keine Tische herstellen? Ohja. Kriegt er halt. Holzutilsilien. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So. Hm. Hm. So. Okay. Irgendwie kann ich da nicht reingucken, weil es wieder die falsche Wand ist. Manchmal... Ne. Vor allen Dingen jetzt... Jetzt ist da hinten die Wand weg. Unlogisch. Unlogisch. Ne. Den muss ich draußen irgendwo hinstellen. Haben wir denn nur den Töpfer? Ne. Töpferschein. Ne. 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 So. Die Töpfer-Scheibe. Töpfer-Scheibe, Lehm-Stapel... Können wir auch einen hinpacken. Und natürlich eine Kiste. Aus Stein. Einfach weil wir die aus Leben nicht herstellen können, so. Haben wir die eigentlich direkt? Wäre auch zu schön gewesen, wenn man das direkt. Kleine Urne. Achso, warte. Warte, warte. Wollen wir hier so eine kleine Urne hin, so als, ja keine Ahnung, Anschauungskasten, Holzsicherheitsbanner markiert einen Sicherheitspunkt, wohin deine Haaslinge im Stadtalarm fliehen soll. Achso, so, so, so in die. Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht dran packen? Okay, das sieht kacke aus. Mach mal das so. Wunderschön. Okay, kommt da auch eine ran. Da sind ja gar keine Landlaternen, äh, Wandlaternen. Warte, kommst du wieder ab. Kommt die beiden da hin? Dem, dem, für die Wand, da kommen hier welche aus Steinen. So. 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 Ein paar Blumen? Brauchen wir Blumen? Ach klar. Er braucht keine Blumen. Blumen sind wichtig. Okay. 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 War das so? So. Nehmen wir mal komplett da rüber. Ohne kommst du auch noch mit. Dähäen. Okay. Dann. Das wäre dann... Da. pee pee... So, und da das nicht halten würde, es ist ein nach da, vier nach unten. Ein nach da, vier nach unten. Ja, ich weiß, ich bin wieder unendlich lange mit diesem Bauvorhaben hier beschäftigt, aber dafür ist dieses Let's Player da, damit man sich mal kreativ austoben kann. Sobald das andere Let's Play wieder losgeht, wird das dann wieder anders sein. So, hier machen wir noch zwei Stühle hin, Tischken. Kann ich die drehen? Ja. Das ist dann für eventuelle Besucher. Oh, das passt gut von dir.